Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr seht die Steffi hier halbnackt auf dem Boden rumliegen zwischen ganz vielen anderen Spielern. Lassen wir einmal den Blick schweifen. Und oh, ihr seht schon ganz viele Autos. Ja, es ist wieder Event-Time. Ich habe es in der letzten Folge angesagt. Es gibt Event, ein Death Race, so hat er es genannt, der liebe Bulli, hier im Scheinbruch. Und ja, ich bin gespannt, was heute alles so passieren wird. Ähm, der Surfer ist relativ voll. Ähm, wir sind an die 20 bis 30 Spielern. Ich kann gar nicht mehr zählen. Das lässt Discord gar nicht zu. Ähm, weil so viele Namen da gar nicht stehen können. Und ja, bin gespannt. Ähm, ich werde jetzt mit euch in den Discord-Channel gehen. Deswegen einmal dieses Bild. So. Und da bin ich wieder. So. Ihr seid alle im Video. Ah, bei mir auch. Hallo. Grüße. So, dann sucht sich jeder mal eine Seite für dich. Keiner, jetzt hat keiner Vagina gesagt? Das ist ja lustig. Ich habe Möse gesagt. Aber das hat mir gehört. Das hat mir keiner vor. Jetzt mal ganz kurz, Schreigefuchs. Hallo, einmal bitte den Cain porten. Genau. Was will ich denn haben? Was will ich denn haben? So, sucht euch jeder mal eine Karre. Okay, hört nicht zu. Okay. Doch, doch, Cain. Ich habe dich... Äh, so. So, ganz kurz, bevor ihr jetzt alle losheizt wie die Wahnsinnigen. Start ist hier hinten, wo diese Art kleine Unterkunft ist. Da, wo das Förderband durchgeht. Da bitte mal so in Zweier, Dreier rein. Einfach mal hinstellen. Da habe ich auch Schilder hingepackt, wo Start draufsteht. Hier, wo die Drohne ist. Stopp, Steffi. Genau da. Ja, ja. Ich komme nicht in mein Auto rein. Stellt euch schon mal auf. Stellt euch auf. Oh. Sonst geht es ja einfach nur im Kreis. Egal wie, oder? Genau. Also, ganz kurz nochmal zum Ablauf. Gegen... Hört auf zu hupen. Gegen den Urzeigersinn. Also, gegen die Fahrtrichtung fahren ist nicht erlaubt. Ihr müsst schon immer im Kreis fahren. Ihr sollt aufhört zu hupen, habe ich gesagt. Hört auf zusammen hier. Und? Wer ist denn das hier, der nicht hört? Aber was ist denn jetzt mit... Rundenzahlen sind egal. Der letzte Überlebende überlebt. Rundenzahlen ist egal. Es geht darum, dass sie überlebt. Erika, bist du hier im Channel? Erika? Ja, der kann nicht mitfahren. Der kann nicht mitfahren. Ich glaube, der ist abkann. Okay, dann ziehe ich Erika hier oben hin. Da ist er nämlich sicher. Und er, sie, ist. So, wichtig ist, das PvP ist hier verboten. Die einzigen, die hier PvP aktiv betreiben werden, sind drei Scharfschützen, die mit einer Hunter auf eure Karren schießen. Oh oh. Nein? Aber nur auf die Autos, wenn möglich. Also, es kann mal passieren, dass Spielertreffer passiert. Aber das ist dann halt einfach Pech. So. Wir haben, wie ihr seht, mehr Autos als Fahrer. Das heißt, ein paar Leute haben auch noch eine zweite Chance. So, lange Rede, kurzer Sinn. Versucht euch gegenseitig zu zerstören und zu töten. Auf die Plätze, fertig, los. Ich fahre los. Rockwell wird direkt weggerammt hier. Rockwell, du darfst doch rückwärts fahren. Kein Problem. Ich fahre einfach los. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Jetzt fahre ich einfach. Einfach fahren. Einfach fahren. Solange wie dein Auto heil ist, ist alles gut. Sehr schön. Was hast du Probleme? Ich habe einen Unfall gebaut. Oh, Cain. Warte. Oh, oh. Gib das warm. Sehr schön. Zombies. Cain, bist du falsch abgebogen? Yeah. Oh, bumm. Das war nicht gut. Hängt trotzdem noch fest. Sehr schön. So, wir haben genau einen Zuschauer. Erika steht hier auf sicher auf dem Ding und kann schön zugucken. Oh, Jaja, was machst du da oben? Keine Ahnung. Halt dich fest, ey. Oh, okay. Ist ja Cain, was ist das für mich da? Ah, ich muss mich mal wieder befreien. Oh, da steht einer. Warte. Oh, ey. Na, bam. Na, man wird auseinandergebrückt. Er befreit. Ah, schöner Crash. Dankeschön. Heddy, was machst du da? Da bist ein Sniper. Der Rumpacken mit 19 Frames. Was passiert da unten? Scheiße. Ja, wie gesagt, versucht euch gegenseitig umzubringen, ne? Ja, es ist nicht so einfach. Die Autos haben keine Kollision. Ja, aber glaube mir, ich habe das mit Jaja gestern schon getestet. Ja, ja. Mein Auto ist schon haut kaputt. Alki muss aussteigen und das auf und auf den Kippen. Fall immer unten rum. Ja, der Jaja hat mich gestern mit einem Crash hier, hat er mich dreiviertel Leben gekostet. Na, also... Was macht ihr denn hier mit Jaja? Alter! Toter Zombie. Halt dich fest. Oh, die Sniper, die Sniper gehen... Ah, da fliegt er runter. Aber Jaja, was machst du? Jaja, warum fliegst du hier mehr, als dass du fährst? Kannst du mir das verraten? Oh, Jajas Auto brennt. Jajas Auto ist schon mal in das Erste. Jaja hat auf zwei Pirouetten über 200 Meter verteilte hingelegt. Die Snipern hier, die geben aber alles. Sehr schön. Weg da. Sehr geil. Leute, macht Platz. Die Polizei ist da. Oh, wir haben hier Vorfahrt. Oh, hier wird fleißig geschossen. Ich bin doch total voll. Ich habe nur gar nichts verloren. So, dann mal alle auf Steffi. Steffi fährt ein schwarzes SUV. Okay, du wirst nicht... Ich habe einen gelben Pick-up. Wo ist denn Steffi? Ich finde Steffi. Aua, das hat weh. Das hat weh. Ich rolle rum. Ich finde dich hier noch nicht mal. Wahnsinn. Ich bin gerade beim Start. Sag mal. Ach da. Oh, da ist mir ein Auto hochgegangen. Jetzt schon. Ach so, ganz kurz. Wer stirbt, wessen Char stirbt, der ist natürlich auch ausgeschieden. Der portet sich dann wieder zurück, aber der ist dann aus dem Renten raus. Ja, danke für den Schützen. Wieso? Ja, weil ich nur richtig Leben habe, dank dem Schuss. Steffi liegt auf dem Dach. Ja, Spielertreffer. Spielertreffer könnte passieren. Kann man einen jetzt schwarzen SUV wieder umschubsen in der ersten Kurve? Ramm mich mal einer hier. Ich will nicht aussteigen. Ich gebe Gas. Steffi. Steffi, steig auf. Hier, Leute, schubst den dabei in der ersten Kurve. Das soll ich mal mitmachen. Ja, da ist er. Jawoll. Schön. Oh, ist das geil hier, ey. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Und die Sniper geben hier alles. Die ballern durch. Übrigens, der Sniper in der ersten Kurve ist der Janek vom SEK. Okay, der trifft du es. Deswegen schießt er so komisch. Der zweite in der engen Kurve hinten ist der Private Paula. Und auf der langen Geraden, da steht der Senior und schießt auf euch. Oh, da kam die Kugel geflogen. Ei. Ha, 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 ha. Ja, oh, der Senior war sogar so, der ist so cool, der hat sogar noch eine Atom-Schalldämpfer drauf. Oh, Auto explodiert. Oh, wieder ein Auto weg. Ich habe es leider verpasst. Oh, wer ist gestorben? Ha, 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 ha. Ehrlich? Was zogst du da oben? Kain, bist du tot? Nein, von hoch hinaus. Ach so, ist denn irgendwer hier gestorben? Ja, der Hamster. Okay, Hamster, du bist leider raus, aber ich werde dich zurückholen aus dem Totenreich. Super. Ich schaffte halt, mich selber zu vernichten hier, ehrlich. Hamster, wenn du fertig bist mit Leiche looten, sag kurz Bescheid, dann spawn ich dich oben auf einen der Türme, damit du zugucken kannst. Wow, wow, wow. Meine Leiche schmeckt. Hey, die liegt, Halt, stopp, zurück, zurück. Oh, was war das? Die liegt direkt, die liegt direkt hier. Boah, Plenio hat mich gekillt. Oh, wer ist gestorben? Cool Andy? Cool Andy, ja, ich wurde gekillt. Das war ein außersehen guter Snapper-Shot. Du warst in einem Polizei-Auto, kann das sein? Ja. Ich würde dich da ja hinporten, aber ich glaube, das überlebst du auch nicht. Danke. Jo, bitte. Komm mal denn jetzt hier schön. Ich versuch's mal, okay? Ich versuch's mal. Also, es kann halt mal passieren, ne? Cool Andy, ich wünsch dir ganz, ganz, ganz viel Glück. Danke, danke, danke. Ich hab dich extra hier hingesetzt. Hallo, 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 hallo. Dein Auto steht hier vorne. Ich kann nicht garantieren, dass du's überlebst, ne? Fahr's mal am besten nach rechts an der Seite, da rechts oben. Damit du deine Leiche lupen kannst. Oh, ich bin schon angeschossen. Komm, die Lauferstrecke. Blute. Oha. Steffi ist der Nächste, der stirbt. Ich seh, der schon kommt. Ja, aber ich blute. Ich wurde angeschossen von den Snipern hier. Ja, das kann passieren. Haut der arme Zombie auf. Du hast ja gar nichts gesagt, Mensch. Oh, ich hab's nicht gehört. Ist alles gut. Ich hab hier ne schöne Aussicht. Hier hast du noch bessere Aussicht. Ah. Gesundheit. Das Gleiche. Cool Andy, was machst du da? Falsche Richtung, was machst du da? Du kannst ja mal ein bisschen Hunter-Munition porten. Ruhmpunkte abbezogen dann. Ich wollte doch nur zu meiner Leiche. Wer rückwärts fährt. Äh, ja. Wow. Ja, okay, dann steigt jetzt aus und mach keine Leiche. Was war das denn? Ich brenne. Was war das denn? Ich bin einfach... Oh, ist Steffi tot, oder was? Nee. Noch nicht. Oh, ich seh dich. Ich seh dich. Mein Auto hat pengen gemacht, auf einmal. Guck mal, Steffi. Gibt's auch noch einen Trecker, wenn du willst. Ja, ich glaub, ich nehm einen Trecker. Boom. Was ist das? Oh, oh. Cool Andy, schaffst du das? Ja. Wenn du fertig bist, sag Bescheid, dann port ich dich da oben auf einem von diesen Dingern, ne? Auf der A2 kommt in ein Geisterfahrer entgegen. Wow. Lass mich mal durch, ich muss zum Cain. Oh, scheiße. Das Auto kannst du stehen lassen. Das Auto lässt stehen, das kann sich wer anders anholen. Okay. Ich port dich mal. Wow. Hi, Ballaras, schön. Wie, Flumi-Bälle? Oh nein, ich hänge. Da hat sich mein Ballettunterricht ja richtig gelohnt. Oh, Brovipole hat mich erschossen. Oh, was? Tja, das tut mir leid für dich, Steffi, aber ich hol dich zurück. Du kannst zumindest zugucken. Warum? Oh, da war ein Stabschütze. Wenn ich erschossen werde, dann will ich nicht mehr mitmachen. Dann soll doch gar nicht auf uns schießen. Ich hab's extra in die Ernause reingeschrieben. Es kann passieren. Okay. Das kann passieren. Steffi, komm zu mir. Steffi, ist bei dir. Steffi, hallo. Aber guck mal, man kann ja von hier aus so super sehen. Meine Ruhmpunkte. Du kriegst 250 Ruhmpunkte dafür, dass du mitgefahren bist schon allein. Boah, das ist schon mal gut. Also jeder Fahrer bekommt das. Boah. Alter, Senior, die sind hier voll am snipen, ey. Wahnsinn. Boah, da fliegt der Auto runter. Boah, Nappi, schöner, schöner Stunt. Serials, alles klar, bei dir? Ja, eigentlich schon. Ich dampf zwar ein bisschen, aber egal. Ja, Serials, du musst die rammeln. Boah, das war realistisch. Das war ja realistisch. Oh, Eddie, schön. Die sind noch übrig. Die sind noch übrig. Schöne Pirouette, Eddie, sehr schön. So, wie geht es denn hier hinten so ab? Ja, ja, du hast ja immer noch den orangenen. Nein, sonst ist der zweite. Das Ramm gibt es ja keinen extra. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber wenn ihr die Gegner rammt, dann ist die Chance höher, dass der Gegner dabei kaputt geht. Das hat der Jaja gestern mit mir nämlich gemacht. Oh, wieder ein Zufang und noch eins. Oh, ich bin tot. Ich auch. Wer, wer, wer? Nappi. Nappi. Alcani auch. Oh, hier ist er auch. Alter, hier ist ein Stau gerade. Scheiße, geil. Ei, 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 ei. So, wieder Port in den Shit schreiben oder... Was ist denn hier los? Äh, Alcani, schreib mal bitte in den Channel, damit ich deinen Namen hab, weil ich weiß... Also schreib einfach nur mal Port. Oh, dann bin ich gar nicht. Damit ich sehe, wie ich deinen Namen schreiben muss. Mal die zwei Leichen, hier im Channel. Nein, hier im In-Game-Channel da. Bullis, soll ich das auch machen? Ja, nein, einfach mal. Bin ich hier geschlafen? Äh, das ist auf die Stuhl bei der Leiche, jetzt nicht da unten, du kannst dir knicken. Feichling, feichling. Ja, ich sehe, ich kann nicht so... Ah, jetzt hier wieder Arde, hast du dich gesehen, oh, die Junge, du hast... Danko. Ja, ich weiß nicht ganz so... Dieser Name, ne? Moment. Sehr schön, ne? Das ist das erste und letzte Mal, dass ich dich porte, Alter. Wurde ich hier nur mal erschossen, ich weiß gar nicht mehr, wo. Wollt ihr da hin? Jetzt muss ich dich hier wieder aus der Liste raussuchen, weil ich jetzt einen Namen nicht schreiben kann. Ich will meine Nummer in BH wieder haben. Dieses Knäueling. Hier beim Trecker bist du, bei dem Silo, beim grünen Silo, Tim. So, Trecker, grüner Silo. Hier, hier, guckt mal, fahrt doch mal, bevor ihr da jetzt reinfahrt, wie die Irren, fahrt doch einfach mal diesen, diese SUVs da weg, äh, die Pickups. Geht das irgendwie, oder muss ich sterben im Auto jetzt? Äh, du kannst aussteigen, dich verbinden, das ist kein Problem. Ach, drängel nicht so. Alter, ey, Wahnsinn. Wahnsinn, ey, was hier abgeht. One-Man-Army, Alter, du bist der Herzen unter der Sonne. Junge, Junge. Alter, okay, Alka, Alina und Adewonidine, wie auch immer, fahrt mal die Autos da bitte weg. Die beiden, die da auch hängen. Und da bringt euch so schnell wie möglich in Sicherheit. Ich muss hier jetzt schicken, sie liegen ja auch noch. Wie viel sind denn noch übrig? Ach, so ein paar. Damit müsste einer umkippen. Ja, danke. So, stellt die mal an die Seite und dann, äh, port ich euch jetzt hier oben hin, damit ihr zugucken könnt. Kann man die Sachen noch holen, aber später. Äh, würde ich dir empfehlen, später zu machen. Okay. Oh, da fliegt doch meiner Schein. Danke. Könnt ihr schön von hier oben zugucken. Kannst du noch ein paar Notverbande zu können? Wow. Was kann ich? Ein Notverband. Wohin? Äh, hier auf, das Ding obendrauf. Du hast gekocht beim Porn. Oh, sorry. Ja, mach ich, warte. Ich bin mal wirst, Pipi. Hä? Moment. Wieso kann ich den jetzt nicht port... Äh, hä, was soll denn das? Da stehen hier oben die Leute rum. Ach so, sie sind tot. Die sind tot. So, bitteschön, ihr habt da Bandagen. Boom. Und wieder ein Auto weg. Ja, das geht jetzt schnell. Oh, was ist denn hier für ein Auflauf? Ich guck euch jetzt allen auf den Kopf. Ich mach den Paarungstanz. Ja, das seh ich, Balleras, das seh ich. Wow. Balleras, steig einfach rum in ein anderes. Pulli? Ja. Hat doch gerade eins auch so festgefahren. Rotwell und Stiflas Marm. Ja. Ich setz euch erstmal hier oben auf die Tower drauf, ne? Jo. Das macht mehr Sinn. Bitte schön. Ihr könnt da wenigstens noch ein bisschen zugucken. Ey, Leute, wo sind die Männer hier? Es sind nur Weiber. Ja, es gibt... Oh, stimmt. Das ist nur Zufall. Aber ja, ihr hattest recht. Auf dem einen Topf stehen nur Männer, auf dem anderen nur Frauen. Ne, Moment. Auf dem anderen noch Erika. Erika ist auch falsch. Moment. Moment, Erika ist auf dem falschen Turm. Ihr wisst das hier trennen, ja? Und Sicherheitsabstand vor allem. Ey, nicht im stehende Auto schießen. Die beiden, die drei Sniper sind nicht hier im Channel. Ach, scheiße. Die hab ich mit Absicht in einen anderen Channel gesetzt, damit die sich zur Not auch absprechen können. Der hat aber gerade dreimal getroffen und hat keinen Schaden genommen. Das ist doch gut. Gott sei Dank. Schießen die dann extra auch den Fahrer, oder? Nein, nein, die haben die Order auf die Autos zu schießen, aber dadurch, dass ihr euch bewegt und auch mal Lenker, also kleine Lenkmanöver macht, kann es passieren, dass auch mal der Fahrer getroffen wird. Die haben mich direkt im Kopf getroffen. Ein Schuss und schon weg. Sieht das schön aus? Jungs, man muss natürlich sagen, die haben keine Visiere drauf, also keinen Scopes, die schießen nur über Kimme und Korn. Ich komme nicht aus dem Auto raus. Er sagt verriegelt. Krieg ich auch ein Gewehr? Wer kommt hier aus dem Auto? Das war... Männer. Ja, Männer. Richtig, ich stehe hier. Bulli, Bulli. Jaja, Jaja, fahr mal bitte den blauen SUV da... Ja, oder so geht's auch. Ah, wunderbar. Bulli, ich will auch ein Gewehr haben. Ich will auch auf das Auto schießen. Aber bitte gleich repariert. Alles klar, Steffi. Steffi, warte, ich setz dich mal weiter hinten hier hin. Moment. Steffi darf jetzt als Sniper mitmachen. Juuu. Ey, Mann. Mann. Wo ist Mann? Hier ist Mann. Ja, hier ist Mann. Ich bin Mann. Oh, das ist in Position. So wie er es kam. So Steffi... Ich mach dich schön rein. Kann ich aussteigen? Ich bräuchte eine Tasche, weil ich hab keine Tasche für Munition. Ja, chill. Oh, Oni, ich steig lieber schnell aus. Oh, jetzt kann ich wieder... Oh. Mach's weg. Ich bin zu spät. War das mein Motor? Nein. Nee, nee, Oni. Tim, dreh dich mal um. Hey, Oni. Hau bitte, Oni. Ja, guck mal, hier liegt Munition für dich. Viel Spaß. Okay, danke. Den Oni. Oh, wie viel ist denn das? Das sind 10 Pakete. Oh, ist gar nicht so verkehrt hier drüben. Ich bin da lustig, wenn nur die Trecker über sind. Ich bin da lustig, wenn nur die Trecker über sind. Wie liege ich hier auf dem Kopf? Danke. Hallo? So. Jetzt, äh, machen wir das Ganze nochmal ein bisschen lustiger. Ihr wollt hier abkürzen. Hey, hey. Ey, verdammt. Oh. Okay, ich bin überfahren worden. Bitteschön. Krieg ich denn noch ein Visier oder sowas? Ohne Visier ist schwer. Ja, das ist ja der Witz daran. Ach, weil da gibt keine Bandage mehr, wenn die mich so weit am treffen hier. Geil, macht Spaß. Also, ich versuche nicht die Fahrer zu treffen. Genau, du sollst nicht die Fahrer treffen. Ja, ich wurde aber erschossen. Ja, das kann passieren, weil, äh, ohne Visier und, äh, dann, halt bei den ganzen Bewegungen, die das Auto macht, das steht ja nicht still oder fährt genau geradeaus. Hier, Steffi, drück mal, drück mal Tab. Da ist noch was Schönes, Lustiges. Kleines, äh, kleines Gear noch von mir. Ooooooh. Ähm, 82 gerade. Ne, ne, die haben jetzt Rauchgranaten bekommen, die Sniper. Was ist ja? Oh. Äh, scheiße, warte. Ich bin gut. Dann schieß doch mal mehr an den Kahn. Schießt mal auf den lieben Kahn. Oh. Ich hab mich schon zweimal gebrochen. Ich hab mich schon zweimal gebrochen. Ich hab mich schon zweimal gebrochen. Ich hab ja verkehrt, Ron. Tch, Geisterfahrer. Ja. Aber schießt noch mehr Spaß. Aber leben nicht mehr so viele. Da fliegen schon die ersten Rauchgranaten. Bin ich denn schon fünfter? Ne, es gibt noch einige Fahrer hier. Es gibt noch einige Autos, die noch stehen. Es gibt noch die Rauchgranaten auf die Türme. Da können die auch mit runterschmeißen. Ja, genau. Oh, gute Idee, gute Idee. Schmeiß mal so 50 Stück hier auf die Türme. Ja, genau. Wir werfen hier fleißig. Könnten Sie sich ja mal selber einnebeln. Die da rumballern. Der erste Turm, der Männerturm hat, der hat da. Achso, hier steht jetzt auch ein Männerturm. Ja. So, guckt mal, Freunde. Ihr habt jetzt hier paar schöne, lustige Rauchgranaten. Viel Spaß damit. Hey, unfair. Können wir die Autos tauschen? Ihr könnt natürlich die Autos tauschen. Ich bin rausgeflogen. Pink so hoch. Geil. Ah, aber noch an der schlimmsten Stelle auch noch. Äh, da solltest du nicht hin zum Looten. Okay, na, ich warte hier oben. Ja, ey, Cain, magst du mal zum Start gehen? Da sind so viele Autos im Weg. Da kommt ja bald keiner mehr durch. Oh, und die sterbt man, wenn die ja noch Platz fährt, ne? Ach, stimmt. Oh, der verschießt ja schnell. Sie muss ja das mal gucken können. Cain ist auch eigentlich noch drinnen. Der ist ja nur wegen rausgepackt. Ja, ich habe zwei Pingler. Also zwei Autos kommen noch nebeneinander vorbei. Ich glaube, die haben keine Muni mehr. Juhu. Boah, ist das ein Nebel hier. Sieht man ja nichts mehr. Ja. Die Autos haben keine Nebelscheinwärter. Äh, ich bin so. Ah, aber die haben ja kein Damage. Oh, wieder einer kaputt. Ich muss mal ganz kurz an die Jungs hier Munition verteilen, damit die hier noch weitermachen können. Äh, kann mich erinnern. Wer hat gerade Port geschrieben? Hier. Ich denke. Und one man on me, bitte. Ja, mache ich sofort. Moment. Warte, was hast du da verbraten? Ja, der Traktor hat mich beckert. Ich kann die Steffi weit werfen, ey. Oh, Cain. Das ist wieder da. Ja. Oh, Traktor, Mann. So, wer muss jetzt alles geportet werden? Stefan? One man on me. Schönen Motorblock. Wer muss noch geportet werden? Irgendwer hat eben noch in den Channel geschrieben. Äh, one man army, okay. Blay, ich kann nicht mal raus, dass du... So. Trecker, wo? Verkehrsblockade. Schatz, weil kein Platten schiezen kann, ne? Gottes Willen, ey. Das ist eine Nebelfront da unten. Wahnsinn. So, hier, gebt mal Gas, Freunde. Ich bin nicht an den U-Spaß, würde ich auch gar nicht machen. Ich würde jetzt eine Zeit machen. Wenn man eine Straßenblockade hat, dann geht er nicht hin, ne? Ah, Mann. Ich finde es echt schade, dass der Graf nicht online ist. Ja, das finde ich schade. Aber das ist bestimmt zu tun. Der macht ganz selten nur bei Events mal mit. Was ich schade finde. Aber ich sage kein BVP. Bei den BVP-Events, ja. Macht die Hunter Bob-Damage an den Autos? Wo genau beim Start hast du meine Reiche gesehen? Die liegt genau in der Kurve bei den beiden Autos, die da noch stehen. Bei den beiden Polizeiautos. Da liegt die auf der Straße. Hier, guck mal. Hier, wo ich bin mit der Drohne. Hier liegt die. Echt, sehe ich gar nicht. Ich brauche neue Reifen. Ein Satz, neue Reifen. Oh, Balleras, sehr mutig. Was ist denn? Meine Reifen sind kaputt. So, ich stelle mich mal kurz am Rand. Bitteschön, Ronny. Eng fest. Junge, Junge. So, wie viele Fahrer haben wir denn noch? Boah, sind ja auch einige noch da. Das war mal eine schöne Schießübung, muss ich zugeben. Ja. Ich traue mir jetzt nie auszusteigen, mein Auto mal wieder hier in Bewegung zu kriegen. Na, ich hänge so scheiße aus einem blöden Stein. Ja, ich bin ja auch noch drin, aber ich bin jetzt gerade geflogen. Der Fahrer würde ich sowas von heftig erwischen können. Manchmal. Ah, jetzt geht's wieder. So, jetzt gibt's noch eine zusätzliche Schwierigkeit für die Fahrer. Ach, kann doch nicht wahr sein. Genkt Granaten. Mal langsam aufhören. Nee, komm, viel lustiger. Fährst du immer mit. Balleras. Strengzombies. Aua. Jetzt gibt's noch Strengzombies. Yeah. Auch den Sniper drauf. Genau. Ich bin aus dem alten Mann. Boah, wie viele. Oh, du Schande. Hey, was geht denn? Was tut es das denn, Alter? Das ist ja dein sicherer Tod hier. Natürlich. Boah. Boah, ist das fies. Hey, immer auf die Füße jetzt. Oh, der Sophikon ist gestorben. Kann das sein? Ja, mit fünf Zombies am Arsch. Oh, okay. Nein. Uli, holst du mich zurück? Ah, klar. Witzig. Da weiß ich immer, wird die so lustig. Nein. Balleras Mogel. Aua. So, wer ist noch gestorben? In die Decade. Oh, ich bin tot. Randriss. Randriss? Ja, aber das ist nicht so witzig. Nee, das weiß ich nicht immer so so. Ein bisschen viele waren das, ne? Wer ist noch tot? Da war schon nicht mehr fair gewesen. Das ist... Ja. Also ich fahr zwar noch, aber... Ist schon schade, wenn die Leute deswegen rausfliegen. Ja, ja. Das ist halt wichtig, wenn ich die Leute kaputt mache. Na gut. Ein Zombie wäre mal lustig gewesen, aber du hast gleich 300 eingestellt. Na, so viel war es jetzt auch nicht. Ist klar. Und das Ziel jetzt muss komplett durchfahren, ne? Das war wieder klar. So war es von klar. Immer auf die Kleinen. Hat ja Spaß gemacht. Aber das Ding ja. Oh, jetzt hab ich aber an Blut gesehen. Den Treckerfahrer getroffen, glaub ich. Ja, zweimal. Oh. Alter, Trecker ist aber zu schwierig. Den Fahrer nicht zu treffen. Ja. Die Kabine ist ja nicht groß. Wie viele fahren eigentlich noch? Ich muss mich mal eben flicken. Äh... Drei Stück noch. Ich muss... Na gut, okay. Wer ist denn jetzt gerade durch die Zombies gestorben? Nee, der Kaine. Männer. Meine Klamotten erst mal wieder krieg ich hier. Na gut, na gut. Das war dann vielleicht doch eine blöde Idee im Moment. Also, Eddie, glaub ich, ne? Also, die... Die waren blöde. Also, das ist... Also, ich muss mich jetzt erst mal... Oh, der Trecker... Der Treckerfahrer. Ich... Wollte mal gerade meine Sachen wiederholen. Mit dem Schießen kann man noch... Ich hab extra gebremst. Männer auch, ne? Oder? Ja. Gibt's hier irgendwo eine Fähne? So. Wollte gerade meine Sachen wiederholen. Also, ich würde kurz sagen, dass alle Fahrenden jetzt mal stoppen, damit die Leute, die gesprengt worden sind, ihre Sachen holen können. So. Hier ist noch... Hier gibt's noch irgendwas. Moment, wo bin ich? Ich muss zurücklaufen. Weg von der Fahrbahn. Ich wär für den M... Ich wär ja mal für den M82 hier. Boah, bist du wahnsinnig? Serious, kurz anhalten. Äh, nee. Wo bin ich denn? Ah, der da. Wir haben als Kind gesagt, Spielstopp. Rote Flacke. Ja, rote Flacke. 29% Leben. Ja, da würde ich sagen, die waren leider übertrieben, die Viecher. Also, mit dem Schießen war ja noch verständlich. Ja, das konnte man noch durchgehen. Ja, dann steigt doch wieder ein, ist doch alles gut. Deswegen hab ich euch jetzt da gerade runtergezogen. Da hat man noch ein Auto, finden wir, die schwarz raucht. Achso, gut. Äh, wo ist denn meine Waffe? Sucht euch ne Karre. Sucht euch ne Karre und dann könnt ihr gleich wieder weiterfahren. Äh, eh, nur schwarz. Kein Umgeheule. Keine Rolle. Okay. Gut. End. Bulli muss das, okay, geben wir mal wieder fahren dürfen. Hier mit einer Straße liegt auch noch einer mit Schussweste und Tore. Was hast du, äh, Serious? Was hast du? Wir müssen uns wieder freigeben, wenn wir fahren dürfen, gell? Ja, ich geb das dann wieder frei. Na, gerade loten wir. Hier liegt noch eine Leichen mit grüner Ohl, so eine Schussweste hier. Genau. Wir können hier alle nochmal zum Start und wir müssen alles haben. Handschuhe noch. Siehste, meine Rennfahrer-Handschuhe. Das sind immer Leichen. Gut. Auf 3000 Kilometer sind immer noch die Genitalien verpixelt. Das wird bescheuert. Muss ich mal sehen. So, in 60 Sekunden geht's weiter, ne? Also, wer will, kann sie schon mal zum Start stellen? Äh. Ähm. Nämlich das. Boah, kann man das auf Distanz gut sehen, ey. Geil. Nein, die müssen doch den Spaß machen, alle nur so ich's Perspektive fahren. Damit richtig schätze. Wie gesagt, alle, die jetzt gerade durch die Sprengzombies draufgegangen sind, holt euch ein Autofahrt weiter. Ja, das ist schon drin. Das war ganz so lustig. Sollt werden sieben Zombies um einen rumstehen, dann bist du jetzt weg. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass die Zombies die Spieler aus den Autos killen. Ich habe gedacht, die explodieren einfach nur, wenn ihr durchfahrt. Ich habe echt gedacht, dass die ja von der explodieren, wenn ihr durchfahrt, aber nicht, weil das Auto groß schadet. So, bei Leid. Bei sieben Stücker, kein Wunder. Ich habe auf die geschossen, die sind dann alle explodiert. Drängt den Traktor raus. Also, du brauchst halt ungefähr zehn... Auf zur Runde zwei. Zehntausend Schuss mit der, mit der MK... Äh, mit der, mit der Hunter. Hunter? Für ein Auto, ey. Der schmeißt mich hier an die Wand, ey. Ach, diese scheiß Auto. Iiiiih, jajaj. Gut, ja. Das ist geil, macht die Hunter am Auto überhaupt Schaden? Ja. Ja, ja. Sind so viele rausgeflogen durch die Zombies? Ja. Boah. Fünf Stück. Das war bei mir gerade mit sieben Zombies Multikill, ja. Oh. Okay, ich gebe zu, das war eine blöde Idee, es tut mir leid. Ich wollte nochmal was ausprobieren. Ja, wir kennen das ja schon. Wenn man jetzt einmal stirbt am Tag, dann hat der Politiker keinen Spaß. Der Sterilizer muss öfter mal was für mich austesten, der stirbt öfter mal. Aber das mit dem Nebel könnt ihr euch fortsetzen, das ist ganz lustig. Ja, was mit den Rochgranaten hier. Ja, genau. Oder Blendgranaten. Ist aber zu anstrengend. Habt ihr keine mehr auf dem Turm? Nö. Nö. Sag doch einen Ton. 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 Beep. Moment. Moment. Es gibt keine Money mehr. Oh. So, Freunde, viel Spaß damit. Gott sei Dank. Nein, danke. So, dann die drei Herren hier auf dem Turm. Ihr kriegt natürlich auch noch welche. Ah, scheiße. Hoppala. So, dem Yannick setzt sich auch noch mal ein paar vor die Nase. Ich glaube, der kriegt das gar nicht mit hier, dass ich ihm da Sachen vor die Nase spawne. So, dann schmeißen wir ordentlich Rauch, Jungs und Mädchen. Das habe ich jetzt. Da ist, da ist Rauch. Das war nicht gut genug. Ja. Alles raus. Alles was kann ich nicht sagen. Oh, der Crusader will da hier. Der kann ja in den Hause fahren. Steffi, hast du noch Rauchkanaden? Steffi, hast du noch Rauchkanaden? Ja. Ja, ja, ich wäre fleißig. Okay, hier kriegst du nochmal 20. Oh. Ich war gerade froh, dass ich sie losgeworden bin. Jetzt habe ich dann wieder 20. Das Drohnen ist manchmal einfach zu schnell, oder ich bin zu doof. Wahrscheinlich letzteres. Boah, ich sehe selber gar nichts mehr. Ich komme gleich, wie du kriegen. Was ist denn hier unten los? Nebel ohne Ende. Okay, mit dem Nebel auf der Strecke ist er ein bisschen hart. Oh, jetzt aber nicht hier wegen hier schütteln. Ich bin hier oben, der kann, ey. Scheiße, Leute. Man sieht ja nicht... Alter, jetzt wird es aber... Alter, ich glaube, du stehst auch hart. Könnt ihr denn nicht mit Wattebeulchen werfen? Gerade deswegen. Ja, ja, ja. Er möchte Blendkarn haben. Er ist doch viel besser. Ja. Wenn gleich noch mehr gemeckert wird, kriegen die ja wirklich N82-Gewehre. Nein, Blendkarn haben. Achtung, Ken. Nein, Blendkarn haben wir angeflogen. Ey, aua. Hier, Freunde, auf den Turm. Ihr kriegt jetzt nochmal ein bisschen was. Dampfschirm schwarz. Puschen hilft nicht. Weiß ich selber nichts mehr hier. Die scheiß Nebelkacke. Wer gibt dir so Gas hier unten? Welches ist denn die Blendgranate? Weiß das einer? Äh, die schwarze. Ist das die Fraggranate? Nein. Ja, genau die Fraggranate ist das. Ja? A. Ist das die Fraggranate? Nein. Die H.E. ist die Sprenggranate. Oh, hier ist ja... Das wäre es. Mit Granaten. Ah, auf wieder alle, ey. Ah, machen wir ohne Rauch... Machen wir nur mit Rauchgranaten. Rauchgranaten reichen hin. Wie ihr scheinbar schon wieder aufgebraucht habt. Ja. Ja, hier... Macht ihr... Fresst ihr die oder was? Ja, alle fünf Minuten eine nur. Hier, bitteschön. Ich hab euch nochmal 200 hingesetzt. Der Kammo da oben, der sieht auch gut aus. Alter Lachs. Was geht denn hier? So, Leute, hier. Nappi, Honi und Stiflasmarm. Ihr habt da nochmal ein paar Granaten. Jawohl. Oh, ich glaube, ich treffe die Autos, aber... Oh, das mit der Hunter ist echt armselig. Kann ich nur in der M82 kriegen, aber das ist ein bisschen langweilig. Wir brauchen uns... Wir brauchen uns... Wir brauchen uns... Wir brauchen uns... Und dann ist gut. Ohne... Echt jetzt? Du willst echt mit der M82 auf die ballern? Ja. Na gut, glaubt. Da passiert doch gar nichts hier. Ne, boah, ja, aber mit der M82 Kills die Leute gerät, das ist auch nicht schön. Ach, ich schieße vorsichtig. Ja, 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 wie mit der SWD, ne? Die schieße vorsichtig. Die SWD verlege ich doch nur. Ja, die M82 auch. Na gut, da hat noch keine RPGs gibt hier. Die noch geplant sind. Steffi? Ja? Äh. Drück doch mal die Tab-Taste. Hab ich. Ich muss rückwärts laufen, glaub ich. Ne, liegt links von dir. Ah, ne, das ist beim Senior, hab ich den gelegt. Warte mal. Ich, ich hol mal dich zu hier, zu mir. Der hat mich ja getroffen. So, Steffi, guck mal, hier liegt die. Links vom Senior. Ah, geizig mit der Munition, aber das ist in Ordnung. Ach so, ich dachte... Die Einsatzschüsse hast du nur gegeben. Ach so. Das reicht doch für die Steffi. Warte mal, mach mal so. Die schießt sich noch selber irgendwie. So, bitteschön. Ach du Scheiße. So, also Leute, ne, die Steffi hat jetzt eine M82. Ja, aber, aber... Ah, aber ohne Scope. Hey, ohne Scope, ohne Scope. Ich werde, ich werde sie sehr bewusst einsetzen. Oh, schöne Rolle. Vielleicht Headshot, Headshot, Headshot. Da muss ja jeden einzelnen Schuss reinladen hier. Das ist immer wieder der Typ, Steffi meckert nur rum, ne? Ich bin ja auch ein Weibchen hier. Boah. Hier steht ein Trecker im Kick. Boah. Wir brauchen welche hier raus. Ähm, Atombombe. Da war die heilige Granate, die die heilige Blattgranate. Ja, das ist die heilige Blattgranate. Sag mal, so'n Sniper, der schießt auf mich, obwohl ich aus der Karre raus bin. Der schießt sie gleich zurück. Alter, mit dem Ding kann ich gar nicht schießen. Rutscher Dank. Lass mich mal schießen, ich kann das besser. Boah, Alter, das ist aber auch ein Rums, wenn Steffi schießt. Ey, Wahnsinn. Ja, ich bin mir zur Sicherheit gerade ausgestiegen. Boah, wir sind hier unten, ist noch viel schwarzer Rauch. Hallo. Oh. Was war das? Scheiße. Schnell raus. Weiter brennen auch. Oh, Senior. Oh, Senior. Ja, ich bin tot. Geh was aus. Ist der nicht bei uns hier im Channel drin? Nein, der ist unten im Channel. Warte, ich zieh dich mal wieder dahin. Der wusste das nicht, der wusste das nicht. Aber guck mal, er passt mit auf, das ist doch schön. Hab ich denen auch gesagt, die sollen aufpassen. Geh doch mal zu denen in den Channel runter vielleicht. Zu den SEK-Channel. Ich bin die Steffi. Ich bin die Steffi, ich hab Sondergenehmigungen. Sagst du, schönen Gruß vom Bulli, das war so gewollt. Bulli, wir wollten Granaten. Er hat's ja gesehen, wahrscheinlich, wo er mich erschossen hat, wem er erschossen hat, denk ich mal. Also, Senior hat Steffi erschossen. Ja, aber schön, wie er aufpasst. Find ich gut. Ja, ja, ich hab's denen auch gesagt, die sollen aufpassen, wenn da einer kommt und Blödsinn macht, sollten sie den wegkloppen, ne? Wer will geportet werden? Kieper. Kiepernikus. Okay. Jetzt nehmen wir uns selber irgendwie noch. Atom brennt. Atom brennt. Ich hab Angst, dass ich einen Spieler treffe. Boah, ist aber auch ein Wumms, das Ding, ne? Wieso raucht ihr denn euer Turm hier so voll? Alarm. Und das Atom brennt? Jungs, Jungs, das ist dafür nicht gedacht, ne? Für euer Turm hier. Wir mögen den Rauch. Ja, nee, das ist dafür aber nicht gedacht. Ihr solltet's unten auf die Autos werfen. Ey. Der schmeißt mich, der geht. Ich bin schon dabei. So, dann schauen wir mal weiter, wen haben wir denn hier noch? Der Mette ist noch da. Ja, ja, du bist auch noch im Spiel. Killed bei Senior. Oh, wer ist jetzt gestorben? Carola. Killed bei Senior. Ah, das kann passieren. Ich bin sehr vorsichtig. Tube, ram mich mal. Der Senior knallt. Ja, no. Der Senior ist aber auch kein guter Schütze. Das ist Zufall bei dem. Ja, ja. Wie bei der Steffi, oder? Der Senior erschreckt sich da wahrscheinlich selber gerade drüber, dass er jetzt mittlerweile schon vier oder fünf Leute hier erschossen hat. Jo, danke. Glaube ich auch. Aber er passt gut auf. Sagen wir mal so. Ja, also das macht er wirklich. Es sind jetzt noch geschätzt acht Fahrer im Rennen, würde ich sagen. Oder sogar zehn. Eddie ist noch da. Also, es kann sein, die M2 Nazi waren am Trecker gut schaden. Okay. Hm. Oh. Ich greife von der Energie ungefähr so fünf Prozent von Trecker ziehst du schon ab damit. Echt? Mehr nicht. Ich hätte mehr erwartet. Äh, zu viel. So, Jungs, wenn ihr die jetzt nur noch auf den Turm hier werft, kriegt ihr keine Granaten mehr. So, jetzt bin ich leer geschossen. Ich habe nichts mehr und mache überhaupt kein Damage. Ja, vom Wegen. Wir brauchen nur noch Granaten. Ihr werft hier nur auf den Turm. Gar nicht. Oh. Dafür gibt es keine Granaten, wenn ihr da... Vielleicht was kaputt gegangen ist. Oh, es hat von sich noch die Knarre, glaube ich. Immer dieser scheiß Anhänger. Ja. Den hier klippst du. Äh, Tim? Ja? Drück mal Tab. Ohohohoho. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber... Oh, wieder ein Auto hochgegangen. Pfeil Paul hat mich gekillt. Super. Wer ist ich? Kein. Je. Wir haben keine Granaten mehr. Tja, entweder die nicht alle auf den Turm geschmissen. Haben wir doch gar nicht. Oh, noch ein Auto weg. So, aber es... Mein Gott, ich komme total durcheinander, ey. Naja, gehen wir gleich kaputt fahren, ist klar. Und dann Stefan nutzt den Schuss. Ruhig bleiben, Leute. Auf so ein Gewehr, was ich so super selten benutze, ja? Es heißt nicht umsonst Death Race. Ja, ich steppe da die oder die auch da, anstatt den Schuss. Kipra, Nikus. Äh, weißt du, dass das eine gute Idee ist? Ich such mal ne Leiche. Ja, such die lieber hinterher. Wenn's durch ist. So, da haben wir noch zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Fahrer sind jetzt noch im Rennen. Wo denn? Das heißt, jetzt wird's interessant. Die stehen fast alle am Start rum. Sprich mal. Boah, jetzt will ich ja abdrücken. Bam. Ne, neun Fahrer. Shopper ist auch noch am Leben, wenn ich das richtig sehe. Ja. Fing nur fest. Äh, Fury, rammst du mal bitte den Shopper in dem Trecker auf der Geraden, wo du jetzt draufkommst? Ja, Daniel. Ne, ne, weiter, geradeaus, weiter, geradeaus. Hinter dem Förderband, hinter dem Förderband. So, hier oben gibt's keine Granaten mehr. Das macht nix. Kriegt man eigentlich die, äh, Ruhmpunkte wieder, wenn man, äh, durch den Schützen gekehlt worden ist, oder? Die Ruhmpunkte nicht, aber du kriegst für das Event generell 250 Ruhmpunkte schon allein fürs Mitfahren. Es ist quasi damit abgedeckt, falls einer stimmt. Und ich bezweifle, dass einer, der hier mitfährt, 2500 Ruhmpunkte vorher hatte, dass er die jetzt verloren hat. Naja. Du auch nicht. Ich weiß, wie viele Punkte du hattest. Gerade ist 223 verloren. Naja. Oh, wer ist jetzt gestorben? Wer ist gestorben? Tube, Tube ist gestorben, kann das sein? Ja. Aber das war ich nicht. Ich hab nichts verkommen. Der Auto ist explodiert. Nee, der möchte geportet werden. Ich glaub, der Team hat mit einem Schuss mein Auto zum Explodieren. Nee, das war nicht ein Schuss. So. So, schauen wir mal, wie viele Fahrer wir noch haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf Fahrer. Oh, ich hab dich im Brenn geschossen. Anderes bist du nicht schon gestorben? Ah, nee, du warst ja vorhin durch den Platz gestorben. Geh da raus, geh da raus. Wir haben mich jetzt nur verbunden. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich hab mich auch verbunden. Nicht zu viel, der hat ein Auto. So, Fikon, du bist aber schon mal gestorben gewesen, ne? Ich wurde für den Zombies erwirkt. Ah, okay, alles klar, alles klar. Guck mal, hier vorne steht ja ein roter Pickup. Also jetzt gerade knallen ganz schön viele Autos. Naja. Eddie, hab ich dich, dich hab ich doch auch gerade geportet. Ich weiß es nicht, Vater Lehrer. Du mit deinem Bambusrechner, ey. Ja, was soll ich? So, Jar Jar, was ist los hier? Ja, ich bin verletzt von deinen Scheiss-Sprank-Zombies. Okay, Jar, im Auto. Warte, ich helfe. Warte, ich, Enge. Adi, komm, ich bin gleich da. Na, Trecker hängt, das ist mein Opfer. So langsam wie du bist, Jar Jar, überfahren die dich. Männer, meinst du, das ist jetzt eine gute Idee, bei dem Rennen da auf die Fahrbahn zu laufen, die gleiche zu tun? Ja, ich weiß ja, wo meine ist. Na gut. Aber ich kann's ja nicht ändern. Ey, die Steffi, ja, das ist ein M82, ja, die hat einen Wumms. Das ist Wahnsinn. Macht auf jeden Fall Laune mit der. Ich hab ja noch nicht so viel Sachen. Scheiße, jetzt blut ich schon wieder. Um mir das zu erlauben, die da liegen zu lassen. Bei deiner Autobatterie hab ich grad in der Kiste gefunden. Träcker-Wächer-Bumms. Außerdem, ich, ja, ich muss hin. An die mit dem Autorepair-Kette bei? Stimmt, ich war nicht gegen die Regel, ne? Ich bräuchte grad eins. Wo hab ich ein Messer? Nein. Warte, Mann, ich geb dir ein paar Bandagen. Ich muss mich auch schon wieder verbinden, leider. Aber ich muss ja auch was beim Ballern, dass ich die Leute nicht treffe, weißt du? So, bitteschön. Ziemlich hardcore. Ja, ich denke, du hast mein Auto getroffen und ich blute jetzt auch. Äh... Ui, ui, ui. Ui, schön. Schau mal, was machst du hier? Äh, Hamster, was machst du hier oben? Oh. Willst du nicht lieber auf so'n grünen Boden? Könnt ich eben mal die Thampings hier wegholen? Ui, komm. Oh, Jaja, du sollst so schnell einsteigen. Ah. Nicht auf den Fahrrad. Ich hab nur Kipp und Korn. Das ist super schwer, damit zu zielen. Ich muss mich verbinden. Na, Sirius, überlebst es? Hm, wenn ich noch einen Schubser krieg? Einen Schubser bitte. Er startet mit der Tricker und ihm ballert da erstmal 10 Kugeln rein. Jaja, schubs mal bitte das Polizeiauto an. Ah, hat's ja erledigt. Der Zombie hat das erledigt. Der ist übrigens jetzt nicht von dir, ne? Der Zombie ist ja... Der Zombie ist auch kein Admin-Zombie, weil der ist höflich. Boah, der fliegt jetzt erstmal. Boah, Alter. Jaja, das waren gerade gute 500 Meter Zombie-Weitwurf. Welch? Alter, aber warte. Wer? Eddie? Jupp. Aye, aye. Danke. Wer hat mich denn jetzt getötet hier, also? Wieso bist du denn jetzt schon... Wieso bist du denn jetzt schon... Wieso bist du der Tod? Ja, irgendetwas ging hier in die Luft und ich bin gestorben. Ich denke, dein Auto ist explodiert. Ich weiß nicht. Das kann sein. Warte, ich hole dich zurück, Männer. Irgendeine Granate. Es gibt keine Granaten. Es gibt ja keine Granaten. Also, keiner hat hier Granaten. Na ja, genau. Das war voll nämlich auch. Vorsicht, da liegt ja... Fury, soll ich dich zurückholen? Ja, soll ich dich zurückholen? Ich bin tot. Oh, Sirius und Fury, beide tot. Oh, schon wieder drin. Ich habe mich gerade erst mal wunden. Moment, jetzt muss ich einmal schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh, es geht jetzt um den fünften Platz auf jeden Fall. Okay. So, also, wer... Hey, wer schießt auf mich? So, wer muss jetzt... Der Fury war das, ne? Habe ich den nicht eben schon mal geportet? Ja, da war ich aber wegen Zombie. Und jetzt bin ich wegen keine Ahnung, was gestorben ist. Ja, genau. So bin ich vorhin auch gestorben. Wahrscheinlich war da irgendwo ein Auto, was gebrannt hat. Und, äh, ja. Oh, habe ich den Trecker brennt geschossen? Ja, doch, so ein bisschen. So, wer muss noch? Oh, jetzt ist es drin. Das, das hätte ich ja gesehen. Ich stand ja hier. Sirius. Vielleicht hat auch irgendwer... Vielleicht hat auch irgendwer da eine Mine vergraben. Licht auf die Fahrer schießen. Was denn, was? Ich mach doch gar nichts. Das können die leider nicht hören. Mich haben wir auch schocken, ne? Das ist, das ist Zufall. Mein Gott, was passiert. Na ja. Als soll's. Also, weil, ey, ich krieg so viel Rumpunkte hier fürs Mitmachen, allein schon. Rumpunkte? Ich krieg überhaupt nichts. Du kriegst auch noch Rumpunkte. So, wir haben nur noch vier. Wer ist denn jetzt hier... Warte, ich hol mir noch ein neues Auto. Ich bin noch nicht tot. Ich kann sowas gebrauchen. Kumpel, Kumpel. So, jetzt sind hier nur noch vier. Wer ist denn als letzter jetzt gerade... Was ist mit Shopper hier hinten? Ja, ja, ich hol mir mein neues Auto. Okay, Shopper ist noch da. Brandriss ist da. Der Balleras ist noch da. Der Balleras und Soficons sind da. Das sind vier. Und Jajas auch da sind fünf. So, der nächste, der ausscheidet, sagt bitte Bescheid. Da bin ich ja direkt in der Schusslinie von dem Knaben da hinten. Ich glaub mal, hier vorne steht noch ein Trecker, den ganzen. Also, Jungs, ne? Ich versuch da mal hinzukommen. Für die Zuschauer sind extra die beiden grünen großen Tanks. Wenn ihr da irgendwo was abbekommt, ist das eure Schuld. Oh, da sitzen auch noch welche. Ich schieße ja schon richtig vor den Leuten. Ich könnte auch noch schießen. Ich habe mir gerade mal am Boden... Okay, Brandriss ist auf Platz Nummer 5 gelandet. Gratulation. Ich könnte auch noch mit schießen. Ich habe mir gerade am Boden ein paar Pfeile gebaut. Nee, so ein Quatsch mit dem... Man, eh kein Schaden an Auto, oder? Ich muss mir gerade das Auto wechseln. Dann ist der Ex-Tower. Hab ich gesehen. So, Brandriss, Platz Nummer 5. Gibt's irgendwo Verbände? Wer braucht denn? Ich. Wer ist ich? Ballaras. Dankeschön. Ich gehe an Start und Stop. Weil mein Verbandspaket ist schon leer. Ah, ich wollte ich das sagen. Ja, warte. Da gehen einfach Autos hoch. Und dann geht man mit hoch. Ja. So, bitteschön. Das ist mal die Ursache. Hey, 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 hey. Jetzt wissen wir warum. Da, genau. Ja, das ist, wenn die Autos Schaden bekommen, dann irgendwo explodieren. Und die anderen Autos kriegen dadurch aber auch Schaden. Oder explodieren. Oh, Jaja, was ist denn mit dir? Ja, mein Auto war echt cool. Mein Auto war explodiert. Hier, über dir ist ein Polizeiauto. Hol dir das. Wo? Ja, das stehe ich fortest du mich schnell. Ja, ach ja, du bist ja... Rennen hier rum. Sorry, sorry. Willst du das Polizeiauto haben? Also, ich bin dafür, dass die Schützen langsam an das Schießen einstellen, wenn es jetzt so knapp wird. Weil jetzt ist mittlerweile so Anfahrzeuge zum Explodieren. Ah, schon wieder Volltreffer. Jungs. Ja, jetzt können wir sich gegenseitig abknallen. Ich habe noch keinen abgeknallt. Ich bin schon fast wieder tot. Das sind nur gerade gemeldet. Ah, das Auto. Keine Batterie mehr. Das kannst du behalten. Ich muss weg. Ich lösche es. Alter, mach's ja da. Ich bin schon mal erschöpft vom Ziel. So, Leute. Da will ich jetzt aber auch mal ein bisschen was sehen. Wir brauchen noch hier einen ersten, zweiten, dritten, vierten Platz. Ja, wo sind denn die Jungs? Moin. Ja, moin. Bye, bye. Ciao. Jungs, 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 ey, also. Ihr habt ja ordentlich zugelangt, ey. Einen wunderschönen guten Ort, ey. Ich habe noch nicht wissen, dass die ganze Zeit... Ah, jetzt muss fast zu Ende... Komisch, Graf kommt immer dann, wenn die Events kurz vor Schluss sind, damit er nicht mitmachen muss. Das macht er jedes Mal. Ne, 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 ne. Doch, 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 das machst du jedes Mal. Heute haben wir ein bisschen Zeitstress gehabt. Ja, ja. Auch das sagst du jedes Mal. Ich bin jetzt gerade eben an den Computer ran. Ah, ja, ja. Gibt es denn schon Gewinner? Noch nicht. Wir sind gerade dabei, den vierten Platz auszuhandeln. Ei, ei, ei. Ja, es sind einige gestorben. Fast alle. Man habe ich oft in eure Richtung geschossen, ohne euch zu sehen. Ja, ne, kein Thema. Ach, Steffi, wenn du Bock hast, du hast ja da so ein schönes Gewehr. Du kannst ruhig noch weiterschießen. Nein. Es muss ja irgendwann mal einen Gewinner geben. Ja, ich suche ja schon die Jungs. So, Jaja, jetzt hau mal die Ballerraste aus einem Trecker raus. So wie du mich gestern rausgekloppt hast. Ich habe ein bisschen gezielt geschossen, wären auch ein paar gestorben. Aber ich habe immer echt tief auf die Autos geschossen. Ja, also der Senior hat euch vier oder fünf rausgeholt und der Private Power hat auch mehrere rausgezogen. Mit Kopfschuss. Also, dafür hast du mir aber zwei Fahrzeuge unterm Arsch kaputt gemacht. Steffi. Dafür habe ich Steffi getötet. Und in meiner Weise, wie ich mir das so ganz am Kill. Ja, Senior, das war echt witzig. Ich habe da noch schnell geschrieben und in dem Moment drückst du mal ab und ratiert sie mich. Ja, dann habe ich es gelesen und dann sagt er so, in dem Augenblick kommt von Senior, ich nehme jetzt meine MP5. Ich so, das war Steffi. Habe ich jetzt auch gemerkt. Danke, Steffi. Aber ich hatte dich angesprochen, oder? Ich habe das ja aber kaum gehört. Ich habe nur, ey, ey, ey. Und da habe ich gedacht, scheiße, da klaut einer jetzt die Waffe. Ich denke, jetzt schloss. Er gehört raus. So, Leute, jetzt hier. Seht mal zu, dass es mal ein paar Crashs gibt. Wir müssen jetzt mal einen Gewinner haben. Geht mir doch mal eine M82, Bulli, dann regle ich das. Nee, nee, jetzt ist erst mal, also die letzten vier müssen jetzt ohne Schützen auskommen. Sollen wir da wieder runterkommen, oder? Wie runterkommen? Ich kann euch auf die Dings porten, wenn ihr wollt, hier oben auf die Zuschauerrenke. Dann könnt ihr von da zugucken, wenn ihr möchtet. Oh, wir können auch runterlaufen. Ach, ich bleibe hier. Mir ist das egal. Wie dezimiert man seine Gegner an? Man macht einfach schon mal die Sachen kaputt, die noch fahren können. Genau. Steffi, was machst du da unten? Probier was. Ja, steig ein. Ja, film ich. So, hier, jetzt mal. Titan-Stahl-Käfig hier. Ich bin tot, Link-Zombie. Oh, wer ist ich? Fury. Fury, Fury. Ich hab gesagt, bleibt da oben stehen. Ich hab's euch die ganzen Zeit gesagt. Wenn ihr selber runterlauft seid, selber schuld. Möchtest du auch noch mitfahren? Oh, ja. Und mach los, guys. Ihr wisst schon, ihr kommt heute nicht mehr da raus. What? Schießt ja immer noch der Esseker Yannick. Yannick, schießt noch. Hör auf. Nö, ich hab vor den Trecker geschossen. Die fahren ja eigentlich nicht mehr mit. Ach, wie schön. Wer fährt nicht mit? Ballaras fährt nicht mit, warum? Ich fahr nur mit. Ja, aber Steffi. Steffi ist schon raus. Ja, aber Steffi sitzt ja mit. Der will die ganzen Leute an der Stelle stehen, das ist ja langweilig. Komm, Sofikon, hau den Chopper weg. Warte mal, ich schieße mal auf den Zombie. Ich will doch noch mal schauen, wenn ich einen Flöffel. Ich treffe ihn nicht. Jetzt hab ich ihn gefahren. Ja. Sonst muss ich den Leuten ja bald richtige Granaten spawnen, damit sie ja mal ein paar Treffer kommen. Oh ja. Granaten. Granaten für alle. Die nehmen wir gerne selbst. Ach, Steffi lebt auch noch. Nein, nein, Steffi ist schon raus. Achso. Ich wurde erschossen. Der fünfte Platz in einem Rang. Ja, auf Versehen, Steffi, sorry. Steffi, ganz kurz, Steffi, was meinst du? Soll ich mal ein paar Granaten spawnen? Jo. Sonst dauert es ja nur eine Stunde. Nee, die packen sich die Leute das alles in die eigene Tasche. Ja, dann kommt auch an, wer die bekommen. Ja, die Bänder kriegen nur die Sniper. Das ist klar. Ich geb Jalek schon mal ein paar. Genau, dann machst du so zehn Stück, das reicht. Ja, ja. Frack, Grenade, zehn Stück. Bitteschön, Jalek. Vielen Dank, ja, ich, ähm, ich, ähm, so Senior, bitteschön. Ich würd auch noch was nehmen, ne Überraschung, hätt ich auch noch Platz. So, Paula, krieg auch mal welche. Wer, wer braucht noch welche oder machst du auch? Äh, hab ich, ist schon alles fertig. Achso Gott. So, mal sehen, wer jetzt, wer jetzt dann die Platzierung bekommt. Ich hab gar nichts gekriegt hier. Ich bin schon auf dem Berg. Du bist ja auch, du bist ja auch in dem, in dem Trecker drin. Nee, in dem Meer. Ach da. Warte. Da ist aber gar nicht so einfach, das abzuschätzen, ne? Mit den Granaten. Nee, deswegen, deswegen ja. Bitteschön. Ho, ho, ho. Freigegeben? Ja, ja, freigegeben. Ja, ich hab schon geworfen eine. Ich auch. Wir, wir müssen ja langsam mal eine Platzierung hier, ne? Nach einer Stunde muss ja mal eine Platzierung erfolgen. Du hast ja schon eine Platzierung. Ja, den fünften, aber überleg dir, je weniger. Danke, Senior. Ich hab keine Ahnung. Es ist auf dem vierten, ja? Keine Ahnung, wo die hinfliegen. Außerhalb vom Auto. Außerhalb vom Auto. Ist noch irgendwer von den Fahrern draufgegangen, außer Jaja? Ich bin grad draufgegangen. Surfikon. Beim Autowechsel. Lieber im Autowechsel. Wie hab ich das Gefühl, dass ich mich alle hab? Da oben auf die Tribüne werfen. Hab ich auch schon dran gedacht. Gibt gute Ruhepunkte. Glaub mal, ich weiß, wo deine Buhnen sind. Deine Autos. Du bist graded. Wer schießt denn hier mit dem Sturmgewehr? Ups, aber. Boah, du bist voll drin gewesen. Wer hat jetzt hier mit dem Sturmgewehr gerade geschossen? Warum? Warum? War für so früh. Ja, mal ein paar Warnschüsse loswerden hier. Wie soll denn das? Von wegen Granaten hier hochwerfen. Der hat mir schon mit Kopfschuss eben so... Wer braucht auch Granaten? Hier. Private Paula oder wer? Entschuldigung, Corona. Schauen wir da. Wir fährten noch. Bulli, bin ich jetzt raus oder wie? Naja, wenn du gerade gestorben bist, ja. Also außerhalb vom Auto. Das ist ja egal, aber du bist gestorben. Bitt egal, okay. Gut, dann bin ich jetzt raus. Private, ich möchte deine mal weg. Ich hab so noch zwei Stück. Ja, hab ich schon. Richtig, als Fünfter? Äh, boah. Du bist auf den dritten Platz. Wir haben jetzt so den Shopper und den Ballaras als Platzierung möglich. Bitt doch mal hier bei. Ey, ich bin Granaten-Pro bin ich also. Ich hör nix. Ich hör nix. Senior, da hast du noch ein paar Granaten. Gib dem Ballaras noch ein paar Granaten. Da bin ich ja ein bisschen mit schuld. Den hab ich jetzt schon bombardiert, ey. Oh! Ich hab auch eine Granate erwischt. Und den ersten Platz geht an Shopper. Glückwunsch! Okay, ich muss nur geportet werden. Ich wurde auch noch von der Granate erwischt. Ja, mach ich sofort. Ich schliege auf dem Boden. Heidewitzka, ey. Also ich schliege direkt neben meinem Traktor, wo die Granate explodiert ist. Alles klar, ich ziehe da gleich rüber. Äh, das Rennen ist jetzt offiziell vorbei. Ballaras kann geportet werden, ne? Ja. Nee, ich schliege hier nur auf dem Boden. Ich muss doch wieder belebt werden. Oh, ich werde schon wieder teleportiert. Für Alcarni. Graf, machst du mal eben den Verband? Ich mach den, den Port hier gerade. Hey, der ist mal looten. Oh, wer läuft denn da unten lang? Chaos, ey. Was für ein Verband? Ja, ich suche mal eine Leiche. Ja, von der Explosion bin ich ins Bluten gekommen. Ich brauche einen Verband. Alcarni. Wie das aussieht, wie die alle die Leiter runterklettern. Hier, Leute, es werden jetzt keine... Leute, Leute, es werden jetzt keine Granaten mehr geschmissen. Wobei, die alle letzten Autos, die können die Jungs ja mit Granaten noch kaputt machen, ne? Das ja, aber ansonsten nix. Die Autos könnt ihr gerne zerstören, aber nicht mehr in Richtung Spieler. Ich habe euch hier oben zehn Lachen hingeworfen. Jo, danke. So, dann kommt mal wieder alle runter da von den Turmen. Ich brauche auch gerne mit, die Autos. Ne, die Autos werden jetzt noch zerstört. Ja, ist schlecht, wenn alle Spieler hinlaufen zum Auto. Ich brauche aber eins. Ja, aber, ne, zurück werden hier geportet. Es wird keiner mit dem Auto wegfahren hier. Das Polizeiauto ist nicht mehr gegen Intimitauen. Ja, das ist Pech, weil irgendwer hat es nicht zurückgebracht. Das ist nicht... Also, das ist halt dann so. Aber das sind alles gespawnte Autos und gespawnte Autos werden nicht mitgenommen. Hä? Wo wäre denn hier so ein schicke Weihnachtsmannhose an? So, One-Man-Army, geh mal bitte einmal ganz kurz. Ich muss die Autos da eben zerstören. Ich zerstöre mal. Bulli, ich zerstöre die Autos hier hinten bei Jar Jar, wenn der gleich weg ist. Ja, Steffi, Honi, Shopper, alle da weggehen bitte. Sonst macht es gleich bumm bei euch. Ja, ich bin gleich weg. Ah, bitte. Steffi, Sofikon, weg, weg, weg. Gibt es irgendwo einen zentralen Treffpunkt, wo sich alle treffen? Am Start, am Start. So, kapiert. Geht auch los, weg, dann. Guter Freddy, was? Mach, 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 mach. Was ist denn Airstrike, Alter? Mach nochmal. So, die Autos sind zerstört, Moment. Hier sind noch mehr Autos. Vorsicht, CB Crusader, geht er weg. Jar Jar, bleibt erstmal stehen. Airstrike! So, das Auto ist schon mal demoliert. Die beiden müssen noch. Ähm, Graf, haben wir noch irgendwelche Autos, die vernichtet werden müssen? Ne, ne? Ja, ich guck mal eben kurz. Ich glaube nicht. Kisse ist weg. Steht da hinten hier noch ein schwarzer SUV? Der brennt auch schon, das ist schwarzer. So, was, was, was? Ich hab meinen Namen gehört? Das wäre ein Thumbnail hier. Der schwarze SUV steht noch hinter dir, glaube ich, wenn du noch beim Trecker bist mit der Drohne. Wir haben noch vier Autos mindestens, die zerstört werden müssen. Vier? Wo denn? Ach, hier steht noch ein schwarzer SUV, warte. Der Trecker, was ist mit dem? Der geht gleich hoch. Alles, was hier steht, muss weg. Okay, warte. Hauptsache, haben wir hier. Hey, mich hat ein Zombie getötet. Oh je. So, der schwarze SUV geht jetzt auch drauf. So, dann stellt euch mal alle hier schön auf dem Kieshaufen auf, um die Steffi herum. Cool, Andy, ich borte dich, ja. Ja, danke. So, und wer steht da oben auf dem Hügel? Ach, der ist jetzt weg. Ach, das ist okay. Okay. So, 64, ein Auto muss ja noch irgendwo sein. Einer muss ja noch stehen, ja. Ich tritt hier mich da oben hin. Private Paula, ich hol dich mal hier runter. Jo. Komm mal höher. Oh je 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 je. Ich muss mich nachher noch einmal zurückporten wegen der ganzen Muni, die hier noch nicht hat. Wollen wir Sieger Ero machen jetzt? Es ist Hunter Munition, die kannst du liegen lassen. Ja, okay. Timmy, komm mal noch ein Stück höher. Oh. So, sind jetzt alle in Esenio muss noch? Jo. Also, nochmal zum Festhalten. Auf dem fünften Platz, bei dem Death Race, haben wir den Randriss. Gratulation. Auf dem vierten Platz, Jaja Binks. Auf dem dritten Platz, und damit auf dem ersten Treppchen, Suficon. Auf dem zweiten Platz, Ballaras HD. Und auf dem ersten Platz, der Shopper. Gratulation. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ja, dann erstmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich fand's mega cool. Oh Gott, macht das Radio aus. Ich sag auch nochmal, sorry für die Sprengzormis. Ich dachte, das wäre eine witzige Idee, aber es war doch ziemlich doof. Aber dafür durftet ihr dann wieder mitmachen. Wie gesagt, ich sag Dankeschön. Und die Ruhmpunkte gibt's dann gleich im Anschluss. Und die Belohnungen für die ersten fünf gibt's natürlich auch. So, dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Danke, war super. Schönes Event. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao.